Ja moin zusammen, also jetzt ist jo Corona-Maisall vergelten und jetzt hätten wir hier diesen anderen Klauen, hier mit oben, hier Affenpocken. Aber dit moll willig doch auch Geld mit verdienen. Ja, ökologisch, deswegen sind wir hier in Gewächshus ökologische Teststäbchen. Ich bin just in der Entwicklungsphase kienen Verpackungsmüll, aber hier ging moll ökologisches Teststäbchen Affenpocken. Naja, passt noch nicht ganz, aber ich arbeite dran. Tschüssung!